Ich weiß, unser Streit war heftig, aber Anna hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Hey, sorry, dass du unseren Streit mitbekommen hast. Ist Lukas noch sauer? Das wird schon wieder. Ja. Willst du was echt Schräges hören? Ich habe eine Nachricht wegen meines beschlagnahmten Wagens gekriegt. Von wem? Weiß ich nicht. Aber wer es auch ist, will ein Treffen. Ist das eine Falle? Na ja, Treffpunkt ist der Parkplatz nördlich vom Strand. Da werden eine Menge Leute sein. Könntest du trotzdem... Bin dabei. Danke. Wir sehen uns da. Rassiel hier. Die Sache steht. Wir sehen uns an den Docks. Eine gute Entscheidung. Fahren wir. Die nächste links. Nach rechts. Ich nehme an, unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen. Nein, aber wir lassen es so aussehen. Um nicht aufzufallen. Und wieso? Die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Zeig mir, dass du wirklich so gut bist. Dann reden wir über deine Bezahlung. Wir sind da. Wir haben heute einen Neuzugang, der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. Na dann, ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Wir wollen auch nicht in dir. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich nehme an, unser Ziel ist wohl kein Showdown-Rennen Nein, aber wir lassen es so aussehen, um nicht aufzufallen Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger Sie haben uns letztes Jahr in Ventura Bay aufgespürt Wir hätten es fast nicht geschafft Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss Und wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt Und wir müssen besser werden Zeig mir, dass du wirklich so gut bist Dann reden wir über deine Bezahlung Wir sind da Wir haben heute einen Neuzugang Der euch richtig einheizen soll Ich hoffe, ihr haltet dagegen Na dann, ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht Ich hoffe, ihr habt euch nicht in dir Dein Start ist schon mal vielversprechend. Du musst in diesem Rennen nicht nur mich besiegen. Seht ihr, wer vorne ist? Da müssen wir hin! Na los, mach weiter Druck! Wir sind wohl nicht so gut, wie ich dachte. Lass mich nicht hängen! Du hast uns alle bloßgestellt. Genau das wollte ich. Ich denke, jetzt können wir reden. Der Showdown erwartet eine Lieferung mit High-End-Modifikationen, welche in die Stadt geschifft werden. Allerdings werden die sie nie erreichen. Fahr nochmal gegen uns und zeig dieselbe Leistung wie hier. Dann gehört eins dieser Teile dir. Dir? Ich sag Bescheid, wenn wir soweit sind. Der Showdown Geil 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020